Ich werde ein bisschen von dem erzählen, was wir gemacht haben, um das Portfolio und die Projekte erfolgreicher und agiler zu machen. Ich werde mich darauf fokussieren. Ich werde nicht so viel über die Bahn sagen. Die kennen hoffentlich die meisten von Ihnen, sind glückliche Kunden. Ich werde weniger zu mir sagen, sondern mehr zum Inhalt kommen. Aber nichtsdestotrotz, ein bisschen gibt es trotzdem noch über die Bahn zu erzählen. Und zwar, was macht die DB Netz? Das weiß vielleicht nicht jeder.